Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh Gott, ich will nicht. Es hat sich dadurch eben dann die Fasern vollgesaugt und der Bildträger aufgespannt oder ausgedehnt hat und dann eben diese Gelangen entstanden sind. Und dann habe ich eben das gleiche mit Trinatiumcitrat auf 1% der Konzentration, habe ich eben diesen Bereich hier auch gemacht und wir wissen ja, dass hier unter dem Flicken die gleiche Ausbewegung eigentlich und die ist fast vollständig verschwinden. Und dann stelle ich vorne an der Kamera für diese Zahl ein. So eine Bewegung macht, dass es so wird heute. Und dann wird es gut. Auf der Ehefrau. Frau, ich muss mich. Vielen Dank. Das hat sie aber schön gemacht. Das hat sie aber schön gemacht. Das hat sie aber schön gemacht.